Hi Leute, heute sind wir an einem Modell. Mal gucken, was uns erwartet. Lass uns mal dahin gucken. Gehen wir an. Guck mal, Tabeldance-Stange, da wurde noch Tabeldance getanzt, ja, guck mal. Hier ist alles leer. Tabeldance-Stange. Wow, guck mal hier. Ja, Puh. Guck mal. Ich glaube, das ist eine Dusche hier. Das ist eine Dusche, glaube ich. Duschen. Ja. Wir gucken mal hier. Das ist eine Dusche. Ich habe keinen Schleunsch, ich habe was gehört. Das ist eine Schleunsch. Das ist eine Schleunsch. Das ist eine Schleunsch. Ziemlich wucher. Das ist eine Schleunsch. 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 Ich habe keine Ahnung. Schönes Fenster. Das ist eine Schleunsch. Alles voll eng hier. Ja. Ich habe einen Schleunsch. Ich habe einen Schleunsch. Ich habe einen Schleunsch. Ich habe einen Schleunsch. Ich finde es hier ziemlich eng aus. Ja. Guck mal hier. Das ist ja so ein Legowind, ne? Wie so ein kleiner Dinosaurier. Haben sie einfach drinnen gelassen. Wie lange hast du denn Location? Geht. Gute 3. 4. Minus. 4 minus.